Musik Reduzieren Sie die Temperatur um 1 Grad, Sie sparen 6% an Heizenergie. Regulieren Sie die Temperatur des Heizkörpers mit dem Thermostatventil. Entlüften Sie die Heizkörper. Vermeiden Sie es, die Heizkörper mit Möbeln oder Vorhängen abzudecken. Schließen Sie die Türen zu unbeheizten Räumen. Schalten Sie das Licht aus, falls nicht benötigt und verwenden Sie energieeffiziente Lampen. Kochen Sie mit Deckel. Erhitzen Sie Töpfe auf dem passendsten Kochfeld. Wärmen Sie das Wasser mit dem Wasserkocher statt mit dem Elektroherd. Verwenden Sie den Schnellkochtopf, Sie sparen bis zu 60% Energie ein. Öffnen Sie den Kühlschrank immer nur kurz. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch. Drehen Sie beim Duschen oder Zähneputzen zwischendurch den Wasserhahn ab. Betätigen Sie die Wasserspartaste am WC. Verwenden Sie Ökoprogramme oder Programme mit niedrigen Temperaturen für Wasch- und Spülmaschine. Schalten Sie die Waschmaschine nur bei voller Beladung ein. Vermeiden Sie die Benutzung des Wäschetrockners. Lassen Sie unbenutzte Geräte nicht im Stand-by-Modus. Wählen Sie energiesparende Haushaltsgeräte. Wieso warten, helfen Sie mit, sparen Sie Energie und reichen Sie dem Klima die Hand.